Geht doch. Nein, da liegt nur so Zeug rum. Weh, du gehst da rein. Weh. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Die schönen Kugeln. Oh, versteh schon. Hallo. Jo, nee. Warum bist du zu? Unfair. Oh, wie viel Gold hab ich? Inventer. Nee. Ja. Noch nicht. Nein. Ich will da rein. Zuerst. Danach kann ich vermieten. Okay. Logischerweise, weil hier niemand wohnt, kann ich gar nichts blinden. Ich will irgendwo fähig aus. Nö. Noch eine. Nö, im Moment hab ich ein Bett. Und keine Kiste. Ist das leugneilig. Das leugneilig. Doof. Nee, nee. 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 Ähm. Nein. Ja. Die Idee, einfach mir die Türen vor der Nase zu machen, obwohl ich der Vermieter bin. Tch. Oh. Ich mag das Dorf nicht. Das ist doof. Oh. Es lädt jemand. Wieso wieder? Wir kennen uns gar nicht. Wir sehen uns gerade das erste Mal. Oder hast du schon von mir geträumt? Herr. Nein, Spaß. Ähm. Oh. Okay. Minds. War ich nicht. War ich nicht. Du hast nichts gesehen. War ich nicht. Oh. Ja. Hallo. Wir könnten uns treffen, wenn ihr wollt. Herr. Ja. Ich muss dich jetzt angucken. Du wirst hässlich. Also eher nicht. Gegenstände. Mein Stimmel stirbt schon wieder. Apfelkuchen. Noch mehr Apfelkuchen. Oh. Geschenke. Parfüm. Praline. Ehering. Oh. Ähm. Außer ich glaube, es wird Lady Craneys so gut gefallen, wenn ich jetzt ihr fremdgehe. Sie hat ja irgendwas gesagt vorlegen, wenn ich fremdgehe, reißt sich dieserjenigen den Kopf ab oder so. Oh. Ich hab böse Punkte dafür bekommen. Mein herrlichen Schein. Willst du? Ach, da. Okay. Katje. Das ist ein komischer Name. Aber, okay. So. Wendung. Okay. Katje hört sich besser an. Kleidung. Hände. Plattenfecht und Schuhe. Ganz schön teuer. Dunkle Plattenfecht und Schuhe. Handschuh. Hm. 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 Handschuh. Das hat so gut, andere wehzutun. Stark lange Zeit halbauer Handschuhe. Anderen wehzutun, hört sich für mich eigentlich cool an. Ok, ich bin die normalen. Die werden auch noch so komische Handschuhe. Oh, Plattenleggins. Dunkle Plattenleggins. Oh. Füße. Obwohl, mit sicher noch welche auch. So. Inventer. Gegenstände. Was mach ich da? Nein. Kleidung. Gewänder. Ob ich mittlerweile voll hab. Plattenanzug. Nein. Der Helm fehlt mir. Ok. Ich nied einen Helm. Nein. Nein. Wieso hast du alles andere aber nicht hin? Und ohne Helm laufe ich nicht rum. Ich seh ja total schwule aus. Geh ja gar nicht. Hm. So. Ja. Dein Mann, interessant. Ich finde es nicht. Ob er mich sieht. Mach ich nicht. Ja. Ja. Schön. Ja. Wenn du... Ichuire dich tun. Aber wenn du kannst du... Oh ja... Ich bin mein mein Mann. Ja. Ich bin mein Mann. nicht ich mag jetzt aber nicht und das ging ja schnell ich hätte gern nach hier schon was Ich will, das ist der Hunen! Ich glaube heute irgendwie scheiße. Ich weiß auch nicht. Und irgendwie laufe ich auch falsch. Ist sie nur noch da hinten? Oh Gott. Hallo. Ach, noch einer. Es ist nicht schön, wie ich die Welt erobere durch Liebe. Oh, ich muss da glaube ich kämpfen. Ich mag aber jetzt nicht. Ich will erst Kisten oder so haben. Ich will die Stadt noch blinder. Guckt irgendjemand? War ich nicht. War ich nicht. War ich nicht. War ich auch nicht. War ja auch nicht. Wie böse Punkte ich bekomme. Wieso ist das Haus leer eigentlich? Wieso habe ich für das Landstreichertal keine böse Punkte bekommen? Hallo. Gesundheitstrang. Aus Auge. Bla bla. Bla. Bestimmt kann die Wache gleich. Die will mich nur auch spionieren. Oder mich auch verehren. So wie alle anderen Menschen auch. Oh. Ist das langweilig hier. Ich weiß auch, dass dieses Haus sieht so groß aus, aber das sind ja gerade mal zwei Zimmer. Ach, es geht runter. Oh. Hier unten ist irgendwie Nebel. Ich weiß auch nicht. Nix interessantes. Was? Nein! 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 Nein!